Und dann bin ich aber, keine Ahnung, 30 Sekunden später wieder wach geworden und war so, guess what, ich hatte keinen Schlaganfall. Fun Fact, ich hab Angst vor Fischen. Ja, und wenn ich dann so im See stehe und ein bisschen rumkreische, werde ich auch schon mal als Sensibelchen betitelt. Was voll okay ist, weil hier bei Auf Klo wollen wir eh zeigen, dass Softsein normal ist und mein Gast heute ist Jan. Und Jan, du wurdest auch schon so als Sensibelchen betitelt, weil du auch schon mal in Ohnmacht gefallen bist, wegen deiner Angst vor Spritzen, Nadeln und Blut. Sag doch erst mal, was wäre, wenn jetzt hier am Set eine Spritze wäre? Das zieht sich bei mir ein bisschen zusammen, glaube ich. Also, ich bin jetzt nicht so der Spritzen-Fan. Voll, fühle ich total. Auch so, wenn ich so Videos gucke und ich sehe so eine Ansammlung von Fischen, so direkt Gänsehaut, was für körperliche Merkmale sind das bei dir sonst? Erstmal habe ich so ein Kribbeln in den Füßen, dann nasse Hände, ein leichtes Zittern. Also je nachdem, wie nah die Spritze dann an mich rankommt. Und dann muss ich mit dem Kopf schon so ein bisschen überprüfen, okay, wie weit geht es jetzt, falle ich jetzt gleich in Ohnmacht oder kann ich mich zusammenreißen? Das ist Jan, Journalist, Podcaster und Rap-Fan der ersten Stunde. Jan hat schon auf dem Bau gearbeitet, holt die bekanntesten RapperInnen vor sein Mikro und macht auch selbst gern Musik. Doch hinter diepen Blicken, fetten Beats steckt mehr als ein harter Typ. Er schreibt gern Gedichte und feiert Kunst und Kultur. Hartes, schade, weicher Kern. Sag mal, Jan, wann hast du eigentlich das letzte Mal geweint? Finale, dritte Staffel, Stranger Things. Auf seinem Insta postet er nicht nur Fotos von sich, seinen InterviewpartnerInnen, Katzen und Pflanzen, sondern auch von schwierigen Momenten. In diesem Post erzählt er, dass er krasse Angst vor Spritzen und Blut hat und deshalb mit sieben das erste Mal in Ohnmacht gefallen ist. Und das alles nur wegen meines Kakaos. Ja, Jan, bist du jetzt eher so ein harter Typ oder Softie? Gerade in der Zeit wie heute reden, wir halt ziemlich viel über Spritzen, auch wegen Impfe. Das ist auf jeden Fall einer der Themen, über das ich später noch mit dir sprechen möchte. Erstmal würde ich aber mit dir die Schnellfragerunde entweder oder machen. Bist du ready dafür? Ich bin so ready. Geil. Also direkt mal schon mal Frage Nummer eins. Komödie oder Horrorfilm? Komödie. Mein lieber Freund Max damals, Schulkollege Max, der musste es damals auch mit mir erleiden. Der hat nämlich, hat am Vorabend Saw geguckt und wir standen zusammen an der Bushaltestelle auf dem Weg zur Schule, sechste Klasse, glaube ich, und dann hat er mir davon in allen Details erzählt und ich habe es mir in allen Details vorgestellt. Und dann habe ich eine Station mit dem Bus geschafft und dann habe ich mich auch erst mal hingelegt. Bist du in Ohnmacht gefallen? Wegen der Story, schon allein wegen deiner Fantasie? Ja, ja. Das ist alles, was ich mir, ist besser als jeder Horrorfilm, was ich mir vorstellen kann. Krass. Weinen oder ausrasten? Hm, weinen. Ja? Ja, ich bin nicht so ein Ausrastertyp eigentlich. Poesie oder Rap-Song? Oh. Naja, Rap-Songs sind ja Poesie, deswegen Rap-Songs. Aber eigentlich sind Rapper alle ganz softe Tüten. Hey, natürlich, weil die können ihre Emotionen auf Papier bringen. Das ist übersoft und übernice und überemotiv. Blut oder Spritze? Hm. Ich würde sagen, boah, schwierig. Früher war es andersrum, Blut war schlimmer als Spritze. Mittlerweile ist Spritze schlimmer als Blut. Okay. Von der, was das mit mir macht. Warum hat sich das verändert? Und was bedeutet so sagen Blut und Spritze so in deinem Kopf für dich? Ich glaube, Spritze ist bei mir so dieses, man ist so unversehrt und das sticht so durch diesen, diesen Schutz, den man irgendwie um sich rum hat. Und halt auch so, irgendwas wird in dich reingegeben. Ja. Ja, voll. Das sieht es eigentlich direkt zusammen. Und ich weiß nicht, bei Blut ist es irgendwie, ist irgendwie ein anderer Umgang da mit so geworden. Also letztens hat sich auch, eine Freundin von mir hat sich geschnitten und dann war es jetzt auch kein Problem, ein Pflaster zu holen und das draufzukleben. Okay, letztes. Liebt die Frage, Maka oder Sensibelchen? Mh... Naja, also mit Maka kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Schon Sensibelchen, ja. Also wurdest du auch eher als Sensibelchen in deinem Leben mal bezeichnet, als dass jemand dir ein Maka-Label geben würde? Ich glaube schon, ja. Ja? Ich war immer der... Der Softe. Ja, toll. Der Süße eher als so, ne? Früher, wenn man, war man ja noch so in dieser, in dieser komischen Welt auch gefangen, wenn's um Jungs-Mädchen ging, dass man so dachte, mh, ich bin nicht so, ich bin nicht so das Arschloch und deswegen krieg ich jetzt nicht die Frauenarzt. Ja, toll. Und irgendwann checkt man so, ja, ist alles irgendwie ziemlich stumpfer Unsinn. Das ist schon immer der Moment, wo ich den Klopapierrollenjob mache. Das ist der rote Teppich hier. Wie lange hast du diese Angst schon? Erinnerst du dich daran zurück? Ich war in der Grundschule, 1. oder 2. Klasse und ich hatte mich geschnitten am Daumen, dass ich das auch noch so genau weiß. Es hat sich eingebrannt. An einer, es gab so Milchflaschen. Früher war da ganz am Anfang, war da so Alufolie drüber und ich hab mich da irgendwie dran geschnitten und die Haut hat so geflattert. Daran kann ich mich noch erinnern und dann kann ich mich eigentlich an nichts mehr erinnern, weil da bin ich umgefallen. Eine Lehrerin hab ich glaube ich aufgefangen und dann bin ich wieder wach geworden. Und seitdem ist das so eine Sache, die sich eigentlich konstant durch mein Leben zieht. Manchmal haben mir Leute nur was erzählt, manchmal war ich im Krankenhaus und irgendwie das simple Geräusch von so einer Desinfektionsflasche, die so gesprayt hat. Aber damals war das so, wenn ich das gerochen habe, das hat schon sowas irgendwie ausgelöst. Oder im Biologieunterricht irgendwelche, keine Ahnung, unschönen Storys oder weiß ich nicht. Dann halt auch wirklich so Blutabnahme oder Impfungen oder sowas. Wie fühlt sich das für dich an, ohnmächtig zu werden? Die Energie sickert so aus dem Körper, die Beine fangen an zu zittern, die Hände werden nass. Und mittlerweile kann ich aber so diese Zeichen relativ gut lesen. Also es fängt immer an mit, es riecht nach Blut, dann habe ich so ein bisschen so Flecken vor den Augen und ich merke irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht, ich werde immer schwächer, immer schneller. Und dann lege ich mich eigentlich schon hin. Ich warte dann gar nicht drauf, so kommt es jetzt wirklich dazu oder wie weit muss ich warten, sondern ich bin dann direkt so, egal wo ich gerade bin, im Biologieunterricht oder mitten auf der Straße, ich lege mich mal kurz hin und warte, dass es besser wird. Weil das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, das weiß ich ja mittlerweile, ist hinfallen und sich wirklich verletzen. Stimmt. Bist du schon mal in gefährliche Situation deswegen gekommen? Es gab einmal diese Situation, da war ich in Dublin mit einem guten Freund und ich glaube, ich hatte zu wenig getrunken den Tag über und es gab jetzt keinen direkten Auslöser, außer, glaube ich, meine Fantasie, die irgendwas, wo ich dachte, irgendwas Komisches passiert gerade mit meinem Körper. Ich habe den Freund dann am Arm gepackt, wir wollten gerade über eine Straße und ich habe gesagt, ich muss mich sofort hinlegen, ich glaube, ich verliere das Bewusstsein und dann war es auch noch so, dass mein linker Arm hat sich irgendwie taub angefühlt, aber vielleicht habe ich mir das auch nur eingeredet in der Situation. Ich habe den Freund am Arm gepackt und habe gesagt, ey, ruf bitte sofort einen Krankenwagen, ich glaube, ich habe einen Schlaganfall und dann war ich halt weg. Und dann bin ich ja aber, keine Ahnung, 30 Sekunden später bin ich ja wieder wach geworden und war so, guess what, hat mich mitgenommen und aber diese Situation im Krankenwagen hat mich schon wieder so gestresst, dass ich wieder das Bewusstsein verloren habe. Dann war ich im Krankenhaus, mir wurde Blut abgenommen, ich habe wieder das Bewusstsein verloren, das war so eine endlose, ähm, ja, Schleife von ich bin da, ich bin wieder weg. Erzähl doch erst mal, wie auch so dein Umfeld damit umgeht. Sind die damit cool, kommen die damit klar, wirst du supported oder eher nicht so? Je nachdem, in welchem Kontext man unterwegs ist, reagieren die Leute da unterschiedlich drauf. Ich habe mal auf dem Bau gearbeitet, so drei Monate und bin in den Nagel reingetreten was ja schon an sich sehr unangenehm ist. Und dann habe ich auch gemerkt, so die anderen waren irgendwie alle oben arbeiten und das waren halt richtig so Bauarbeitermänner einfach, ne, die dann auch alle ihres, also ich habe mich dann erst mal hingelegt, das haben die gar nicht mitbekommen, dann bin ich hoch zu denen gegangen und habe so gesagt, ey, so meine letzte Tetanusimpfung ist glaube ich schon ein bisschen her, ich muss, ich muss ins Krankenhaus, ich will auch ins Krankenhaus fahren, und die kommen dann mit so, ach hier, der, der Heinz, der hatte mal eine Metallstange durch den Oberschenkel und dann haben wir die rausgezogen, haben das zusammengedrückt und alle ein bisschen draufgepisst und dann war auch wieder gut, jetzt stell dich mal nicht so an. Du hast in einem Insta-Post nach der Covid-Impfung so ein bisschen beschrieben, dass du halt als Sensibelchen so abgestempelt wirst oder wie das so ist. Wie findest du das? Also sensibel zu sein ist eigentlich die beste Eigenschaft, die man haben kann, die aber so das schlechteste Image hat. Ich finde, sensibel zu sein hat halt die zwei Seiten und die gehören beide zu mir und das auf der einen Seite halt in solchen Momenten sich ohnmächtig zu fühlen oder schwach zu werden. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass man eben dadurch, dass man sensibel ist, sehr gut spürt, wie es Menschen geht, sehr empathisch ist, sich auf Menschen gut einlassen kann. Und ich finde, in diesen Situationen sensibel zu sein, das zu wissen und dann trotzdem dahin zu gehen, eigentlich, also das kann man nicht mit Du Angsthase oder irgendwie Sensibelchen beschreiben, weil, also, keine Ahnung, ich will mich jetzt nicht selber so auf die Schulter klopfen, aber ich bin schon sehr, sehr mutig, wenn Leute das machen, dahin zu gehen, obwohl die wissen, wie ekelhaft dieses Gefühl ist, das Bewusstsein zu verlieren. Ist so, finde ich auch, ja, weil lass mal über die letzte Situation reden, wo du dich dieser Angst gestellt hast, weil du es wichtig findest. Wann war das? Das war jetzt die Impfung und da ist es ja so, ich gehe dahin, ich habe ein sehr paradoxes Gefühl diesem Termin gegenüber oder haben, glaube ich, viele Leute, die dieses Problem haben, so, man fiebert darauf hin, im wahrsten Sinne des Wortes, man will es unbedingt haben, so, auf der anderen Seite, je näher dieser Termin kommt, ist man natürlich auch ein bisschen unruhig und ein bisschen nervös. Jetzt war es so, ja, es ist ja klar, dass ich das mache und dass ich da hingehe und ich wusste auch vorher nicht, wie es wird, also, ich habe vorher gesagt, so, ich lege mich lieber direkt hin, ich verliere wahrscheinlich das Bewusstsein oder dass sie Bescheid wissen und die war auch mega nett, die mich da geimpft hat und die hat dann auch gesagt, so, cool, dass sie das vorher sagen, weil viele sagen es halt einfach nicht und dann ist es halt schwieriger, die aufzufangen, wenn die hier sitzen und dann das Bewusstsein verlieren. Stimmt. Dann ist es irgendwie für alle ein bisschen angenehmer. Ja, Herr Quintessenz daraus, rede über deine Angst. Am geilsten ist, wenn die Ärztin davon weiß, und daneben steht und irgendwie auf dich achtet und dir noch mit einer Schokolade dann alles. Die gab es natürlich auch. Das mit dem Insta-Post und der Caption war nach der ersten Impfung, aber du kriegst natürlich auch bald die zweite und Zukunftsjan wird jetzt mal eben erzählen, wie es dir da so erging. Hallo ihr Lieben, hallo Vergangenheitsjahren. Du hast es geschafft, du hast auch die zweite bestanden. Die Farbe kommt in die Lippen langsam wieder zurück. Diesmal war es noch entspannter als beim letzten Mal. Kurzes Absacken vom Kreislauf, aber ich bin bei Bewusstsein geblieben und mir geht es jetzt fünf Minuten danach auch schon wieder sehr gut. Ich bin sehr zufrieden und sehr glücklich, dass ich es überstanden habe. Ich bleibe aber hier lieber noch ein bisschen liegen. Wegen Corona und wegen dieser Euphorie, diesem Freuen auf Impfungen. Ganz ehrlich, die Bilder von Menschen, die gespritzt werden, sind ja überall. Und auch so, man guckt die Nachrichten, die Tagesschau und so bam, hat man einfach eine Nadel so da im Bild. Wie geht es dir damit? Ja, ich habe das dann auch immer so ein bisschen ausgetestet. Also wie gesagt, ich habe ja das Privileg, dass ich das Gefühl habe, ich kann schon reingehen in die Situation und kann dann gucken, was das mit mir macht. Ich finde das jetzt nicht nice, es ist so ein bisschen äh, kann mir aber vorstellen, dass es auch für andere Menschen irgendwie viel schlimmer noch ist. Klar, aber für dich bringt das was dann so deine Grenzen zu testen, Kalle? Ich würde es ja gerne loswerden. Also ich würde es ja gerne ablegen und deswegen sage ich auch, ich gehe in diese Situation immer wieder rein und versuche das halt irgendwie ja, abzulegen oder zu gucken, was halt passiert oder ob ich irgendwie davon loskommen kann. Hast du Tipps für Menschen, die auch Angst vor der Impfung haben? Ich glaube tatsächlich, das Einzige, was hilft, ist, sich leider damit zu konfrontieren und da durchzugehen. Aber man kann sich das ja irgendwie nice machen. Also man kann ja auch Leute mitnehmen, denen man irgendwie vertraut, Freundin oder so. Man kann sich danach mit irgendwas belohnen, was man sich schon immer kaufen wollte oder so und irgendwie so ein bisschen was drumherum bauen. Aber ich glaube, also das Gefühl, wenn man es gemacht hat und dann einfach stolz auf sich selber ist und die Angst überwunden hat, ist auch schon eine krasse Belohnung. Ja, voll. Ey, und dann am Ende, und das ist ja auch das, was wir sagen wollen, so soft zu sein ist okay, Angst zu haben ist okay, redet mit euren Ärzten, die werden euch gesundheitlich beraten, dann könnt ihr auch so wie Jan kurz mal sagen, so ey, übrigens, ich habe richtig Panik, können wir das schon mal so ein bisschen so klären? Das ist voll in Ordnung. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr so Ängste habt, die ihr auch gerade dabei seid zu überwinden. Lasst auf jeden Fall so ein bisschen Erfahrungsaustausch machen. Hier kommt ihr auch noch zu dem Video von Die Frage. Frank hat zusammen mit Pia von Psychologie über ihre Spritzenphobie gesprochen und abonniert super gerne unseren Kanal. Das würde mich sehr freuen. Und vielen Dank, Jan, dass du bei uns warst. Danke für die Anladung. Danke gerne. Tschüss. 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 Vielen Dank.